Lady Marjorie's Gemächer Schmieden Intrig... Ja, wir nehmen das Siegel mit! Meins! Boah, wir sind hinterfotzig. Weil wir nehmen es einfach so. Wofür ist denn dieser Schlüssel? Hm... Mich würde echt mal interessieren, zu welcher Tür dieser Schlüssel gehört. Es gibt nur eine Möglichkeit daraus zu finden. Wir nehmen den... Wir nehmen den Schlüssel mit. Hoffentlich hat das später keine Konsequenzen. Oh... Lady Marjorie ist noch mit dem König. Ich dachte, du willst wissen. Danke. Mira, schau. The other day, wenn du Lady Marjorie gefragt hast, habe ich nur aus Angst vor ihr. Ich möchte dir helfen, wenn ich etwas tun kann. Deine schlechte Familie. Ich kann nicht vorstellen, wie du fühlst. Das ist gut für Sarah. Danke. Lady Marjorie sagt immer, wie wichtig Freunde und Allei sind in King's Landing. Nur wissen Sie, ich werde für dich hier sein, wenn du Evan... Oh, da ist sie ja. Gibt's gute Neuigkeiten, my lady. Macht einen... relativ komischen Eindruck. My lady. Ich lasse dich zu sprechen. Ja, genau. Hau mal ab. Äh... Alles in Ordnung? Oh oh, die guckt so komisch. Oh oh, die guckt so komisch. um Hilfe für deine Familie zu geben. Ich werde das verwendet. Gott... Er sagte, ich war zu leicht verwendet. Und er hat mich gegründet, dass ich noch nicht sein Wunderschön bin. Ich habe seine Angst vorgelegt. Für jetzt. Aber es wird lange Zeit, bevor ich ihn noch etwas fragen kann. Ähm... Nichts, was ich gesagt habe, könnte ihn zufrieden. Er würde nicht mit mir sprechen, wenn ich ihn verlassen habe. Was kann ich tun, um das besser zu machen, my lady? Es gibt nichts, was du tun kannst, Myra. Bitte nicht, es gegen mich zu halten. Ramsey Snow ist auf seinem Weg zu Ironrath. Das ist einfach nicht so, wie Dinge gemacht werden, Mirra. Nicht in King's Landing. Entschuldigung, m'lady. Soon werde ich Queen sein. Und vielleicht dann werde ich in eine bessere Position, um dir zu helfen. Aber für jetzt. Jetzt müssen wir beide beantworten. Ich muss einen Raven senden. Ich muss meine Familie schützen. Wenn Sie mich entschuldigen, m'lady. Ist da was kaputt? Oder ist was gewollt? Ich habe keine Ahnung. M'lady. Du schon wieder. Begegnung, m'lady. Äh... Wie lange bist du schon da? Wie lange hast du da erwartet? Nicht lange. Ich war gerade vorbei, als ich dich aus der Frau Marjorie gesehen habe. Ich hoffe, du siehst. Ich war richtig vorhin. Über Lady Marjorie und Queen Cersei. Ich möchte dich wissen, ich... ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Und deine Familie. Wenn du mir glaubst. Ich höre all sorts of Dinge. Dinge, die für dich möglich sind. Kannst du mir helfen. Meine Probleme können nicht durch das was du hier überhören kannst. Das ist weshalb du mir glaubst, m'lady. Du brauchst Mitglieder. Hoffentlich habe ich gewusst, dass ich dir für dich möglich bin. guter Spion bist du auf alle Fälle. Entschuldigung. Ich muss wirklich gehen. Bitte nicht entspannen. Ich kenne Leute, die... Leute, die dich bereit sind, zu helfen. Ich bin nicht neugierig. Die Neugierde des Ankertes ist geweckt und un... erschütterlich. Und du blöde Wache, guck mich nicht so doof an. Und nicht so lüstern hinterher, ne? Mein Arsch, nicht deiner. Wo ist Sir Royland? Er sollte hier sein. Eigentlich ja. Ah. Ah, steht da ja auch. Das hoffe ich. Ich hoffe so. Du hast die richtige Entscheidung, mein Herr. Ach, der alte Fettsack. Ah. Und du bist... Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Das wäre nicht so schön. wenn es ein Feuer wäre. Ironwood ist näher impervious zu flamen, mein Herr. Ist es? Ja. Ja. Kann ich den Herrn Ramsey aus Haus Bolton zu erinnern? Sohn... von Ruse Bolton? Obwohl ein Bustherd. Der Herr Ramsey hat die vollen Autorität der... Danke. Nein. Das ist genug. Das ist genug. Das ist ein kleiner Junge. Ist er verloren? Äh... Kann ich den Herrn Brat und Salz geben, Herr Ramsey? Ich lebe Brat und Salz. Okay. Du bist nicht der kleine Herr. Herr Whitehall sagte mir, dass du jung war. Bitte. Schau dich an. Ein Tolkien. Für den neuen Warden des Norden. Lass mich sagen. Forrester Iron. Kürtet von unseren am ehemaligen Künstler. Ironwood. Das sieht nicht so aus. Ich weiß nicht, was so speziell ist. Nein, der ist nicht so aus. Wir sind unsere Künstler. Ist das so? Ja. Nicht schlecht. Herr Whitehill, können Sie das tun? Given genug Zeit, wir können... Given genug Zeit, Sie können viele Dinge tun. Aber nicht das. Es scheint, die Forrester haben ein Talent für etwas. Er... Herr Ramsey, wir haben ein anderes Gift, das wir Ihnen möchten. Es gibt mehrere Ironwood-Groben auf der Bordern unserer Lande. Alle produzieren große, starke Türen. Wir möchten sie Ihnen in Tribute geben. Zu mir? Ja. Das ist sehr nett von Ihnen. Danke. Schau an das. Mehr Forrester. Herr Ramsey. Komm raus, Dürrothen, und sieh dich. Sie sind in der Hand. Äh... Was möchtet ihr, Ramsey? Was möchte ich? Alles. Nichts. Nichts. Wir sehen uns. Das. Ja, der Vater ist aber nicht da. Deswegen kniere ich nicht. Nein, ich kniere nur vor dem... Genau. 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 Aber dann... Ich bin nicht mein Vater. Vielleicht ist das, was du gesagt hast. Siehst du? Er ist ein trager, wie sein Vater und Bruder. Hier ist das Problem. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin auch nicht so. Ich bin nicht so. Ein paar Bäume auf einem sehr weit entfernen. Ah, okay. Der Bruder, aber auch, will, was du hast. Whatever du hast, was 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 du hast, die Starks, für Jahrhund. Kampen, Schäuze, Schäuze, Schäuze. Ich hoffe, dass du das gleiche für uns machen kannst. Mein Vater hat so viel zu dem King. Du wirst ihn nicht so machen, dass du ihn ein lier, würde? Du wirst ihn nicht so machen. Er... Du musst dich nicht so machen. Dein Vater hat was er braucht. Das ist ein guter kleiner König. Du kannst nicht glauben, Forrest. Er... Sie murdered unsere Männer. Es war Forrest, der hat das gemacht. Ein Whitehill hat dich tot. Ein Baltimore. Aber dein Mann... Er... Nein, du bist falsch. Das ist nicht so, wie es passiert. Unsere Männer sind tot. Wie es passiert ist irrelevant. Dann hast du mich in deine Halle, wie ein wahrer Herr. Ich hoffe, dass ich nicht so lange fliehen würde, um zu erkennen, dass dein patschiger kleine Armee zu erkennen. Diese Art der Insolence von einem unserer loyalen Bannermen, wird es nicht so machen. Also ich habe mit einer Lösung, die allen benötigt werden. Die Whitehills werden kontrollieren von diesem Tag. Was? Was? Die Ironwood? Aber... Wir sind die wahre Handwerker. Wir sind die wahre Handwerker. Genau. Die Whitehills haben keine solche Armee. Sie wollen Ironwood für die nächsten fünf Jahre? Oder für die nächsten fünf Jahre? Der kleine Lord hat eine Pointe. Wir versuchen das. Die Whitehills wird eine половin von deinen Ironwood nehmen. Und wir werden sehen, wer besser fühlt. Aber mein Lord... Die половin von etwas ist besser, als die nichts, die du vorher hatte. Um sicher, dass es keine Probleme gibt, der Whitehills wird eine garrison von... 20 Metern in deinem Leben. Aber ich weiß, dass wir das nicht können. Das wird auch Probleme vorsahen, ne? Das wird mehr Probleme, nicht weniger. Nicht für mich. Hast du einen Mann, den du vertraust? Mein Seon. Griff. Griff. Wir führen den garrison. Wer ist denn Griff? Du hast kein Recht. Die Whitehills haben kein Platz hier. Lads? Genau. Mach dieses Visite weltweit. Bitte, Duncan. Nicht. Schau an das, kleine Forrester. Du bist nicht... Angst, sind Sie? Und Sie? Du bist der größte Frau Ethan? Ich bin seine Bruder, mein Lord. Oh, Bruder. Aber wie die Queen und ihr Bruder. Ach, hoffentlich nicht nur wie die Queen und ihr Bruder. Wir haben noch andere Sachen zu klären. Wir haben noch andere Sachen zu klären. Ich habe eine Idee. Du kommst mit mir. Du kannst mein Highborn-Ward sein. Herr Ramsey, das ist genug. Nimm sich ganz schön viel raus, der Vogel. Du möchtest Henton? Lass sie gehen. Sie ist ziemlich schön, deine Freundin. Nein! 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 Ich denke, du kannst bleiben. Du bist nicht der Bold Lord? Nein! 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 Ja, will die der Joker machen das gerade? Somebody help me! Fetch the Mesa quickly! You brought this on yourself. Mama! Stop! Don't let it go! Let it go! Stop it! Help me! Zion, please! Stop it! Bring it over here! Do something! Ethan? Oh, mein Sohn. Ähm, yeah. Okay. Da war Lord Ethan wohl... Deine Geschichte hat begonnen nächstes Mal bei Game of Thrones. Ein kleiner Spoiler. Entweder ihr guckt ihn, oder ihr guckt beim nächsten Mal weiter. Ich sag schonmal, tschüss bis in Episode 2. Ethan hat sich für uns alle gegründet. Er hat Talia's Leben gegründet. Er wird als Ethan der Brav. Dieses Haus braucht einen Liedern. Lord Ethan named me, Sentinel. I will leave this house. My sister asked you to swear loyalty to her son, and you did it without flinching. We can't let them hurt Ryan too. We have to stop them. We do not stand alone. There are those who will fight for us. Those who hold House Forrester above all other loyalties. Those who will not stop until Ethan is avenged. Until Ryan is home again, our house will not fall. We will be ready. Nothing comes without a cost, my lady. Are you prepared for what might happen? Are you prepared for what might happen? Are you prepared for what might happen? Well done. Go ahead und